Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Lost in Random. Wir befinden uns in 5 Tropolis. Und ja, wenn wir uns jetzt mal umschauen, hier haben wir das letzte Mal aufgehört und hier gucken wir mal, was es hier noch so gibt für uns. Nein. Verdechtet sie erst mal mich. Wenn ich dieses Songbuch zurück wäre, würde ich sehr glücklich sein. Hint. Hint. Hallo! Können Sie mich hören? Kann jemand mich hören? Hallo! Evan! Du bist zurück! Wo bist du, Bernie? Ein Ort, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Es ist ein sehr strange Ort. Sehr sandig. Ich mag nicht Sand. Ja, super. Kämpfe mit Ehre und sei nie zu stolz. Vergiss nicht, dass der Kampf auch in deinen Kopf stattfindet. Gib dein Bestes und heile dich, wenn du kannst. Folge deinem Herzen. Dein Abenteuerherzen. Du glaubst wirklich, dass ich einen von diesen habe? Okay, okay. Hier geht's! Hier ist es! Hier ist es! Hier ist es! Hm. 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 Unwurmt. 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 Aber es ist schade, dass Leben nicht mehr an nichts mehr als eine Fettmacht in einer Kreatur-Beingens-Biografie. Da kommen wir nicht durch. Okay. Dann gehen wir mal wieder runter und gucken, ob wir hier was finden. Das ist auf jeden Fall das Gespenst schonmal. Dem folgen wir jetzt, ne? Guck mal, guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Warum auf jeden Fall? Trashlord? Trashlord? Regeln wir mal. Ha! You are in the presence of the Trashlord! Ha! Eure Majestät. Ah! Another loyal subject. Some say, Trash is worthless. They're wrong! How can it be worthless, when the Queen covetes it so? Why would worthless Trash be shipped from wherever it comes from? It doesn't make sense. Others say, I am not a true lord, but merely a Fiver who lost her mind after years of shoveling Trash. They're wrong too. For how could I be Trashlord, if I were insane? Now, what can the Trashlord do for you? Kann ich etwas Müll haben? Never! Ha! You have offended the Trashlord and be gone! Be gone! Forever! Ha! Okay. Gut. Also hier sind wir wieder, genau. Wir gehen mal kurz zurück hier. Und dann gehen wir dem Geist hinterher. Das war ja wahrscheinlich auch unser Auftrag. Dann gehen wir hier hoch und holen uns für... Da ist hier was. So. So. Jetzt müssen wir doch eigentlich diesem Geist noch folgen. Da können wir nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich einmal da rumlaufen. Das können wir hier auch machen. Sprich hier mit uns. Hey, can I get you? Ah, guck mal hier. Der Penner. Herpman! My one and only. Oh, and now with my one and only son too, Fiverr, meet. Well, actually I never forgot your name, kid. Even. Oh, Fiverr, meet Even. Even? Meet Fiverr. Well, how'd you end up here, Even? Ich habe natürlich die Spielereien der Könige geschlagen. Ich reise durch viele Städte und halte denen, die ich unterwegs traf. Das ist doch eine gute Idee. Oh, ho, ho, ho. Ich? Warum? Nach dem Sturm haben wir unser Schiff gelandet. Ich landete in... Well... Ich weiß nicht genau, wo genau. Irgendwas strange. Farb below random. Bevor ich es wusste, habe ich durch diesen Stubben geschlagen, außerhalb des Vorbergs und hatte ich vier verschiedene Künstler, bevor ich landete auf dem, der mich hier gebracht hat. Hey. Ist das, warum sie es genannt haben, Vortown? Du denkst? Weil alles da braucht vier Tries? Äh... Das glaube ich nicht, aber vielleicht doch. Well... Du denkst so? Even... Do you know... The Queen? Farb. Don't be rude. Nobody knows the Queen. But she has a dice. And you said only the Queen has a dice. Oy, that I did. Oh, but that's not true anymore, is it? Das ist Dicey. Sag hallo, Dicey. Hi, Dicey. He can talk. Dice are amazing. Have you really met the Queen? Like for real met her? Hm, ich würde sagen, ich habe sie getroffen. Oh wow! Is she scary? I bet she scary. Aber ich... Nein, die ist furchtregend. Wow! Tell me more! It's good to see you again, Even. Danke, dass du mich an Bord gelassen hast, Norman. I should have let you a Bord sooner. I was afraid of losing what I had. And fear makes you behave like your worst self. I see now, it doesn't get you anywhere. Fear would have kept you in one croft and kindness brought me back to my son. You take care, Even. Bye, Even. Bye, Talking Dice. Ja, das war doch nett. Bye, Even. Bye, Talking Dice. Schmiede-Blinder, okay. Super, wir gehen hier längs. Even was never going to win until she finally admitted that to herself. She knew in her heart that her dreams were a lost cause. Oh, oh, I feel sick, Dicey. You're right. I know, you're right. But I just have this sudden, inexplicable sense of dread. You know? I haven't seen the card makers in years. They never leave the factory anymore. So, here, come on with Bernie. Even? Bernie, du hast es geschafft. Yeah, I sure did. I think I stepped on a trigger, and the monster disappeared under a humongous cube rock? Even, I'm somewhere new now. It's not like any place I've seen before. Wie bist du da hingekommen? I don't know. There was a fall even, and my string's gone now too. But that's okay. I'm in a place where I'm surrounded by, oh, hey. They look like Dice even. A whole valley full of them? Hmm, da war ich schon mal. Oh, cool. That makes me feel better. Like, you're here with me now. There's some monsters here too. Robots and the like. I don't know what they want. I help you against this camp, Bernie. I feel like. You've always been so nice to me, even. But you don't need to watch out for me anymore. I got this. You've brought me here, and you've given me some fighting tips. And I'm ready. I'm ready to do this on my own. Bernie, das bist du, Bernie. Thank you, even. So much. You've helped me a lot. You know that? First, when I got stuck in that spooky ribcage prison. Oh boy. Then, with this adventure? And I'm who I am now, because of who you were with me. I can face the world and find my own destiny in it. Thanks to you. I'll never forget you, Bernie. And I'll never forget you even. How could I? We're friends. And speaking of friends. There's a here among all the others. And I think it wants to be friends. Oh, hello. What's your name? Well, I'm gonna name you Dr. Cubepants. Did you like that? Er ist ganz schön erwachsen geworden, Dicey. Das sind wir alle. Du hast recht. Er kommt schon klar. Ah. Ah. Despite the force and her manifest incompetence, even had somehow humbled into helping the large escape is still inevitable death. For now. Mhm. So. Mhm. Mhm. Wie kriegen wir die Karten noch alles um? Man braucht die gar nicht kaufen anscheinend, ne? So. Wir müssen jetzt weiter. Wir müssen ja noch die... Unsere Karte fertig stellen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier weiter. Wir müssen ja irgendwo diese andere Kante noch finden. Oh, ich habe Karten, um zu verkaufen. So. Hm. Würfelkrieg-Kanone. Ich wollte mal kurz meine Karten nochmal angucken. Was haben wir denn da drin? Wir haben... Wir nehmen das dabei, was ich nicht so cool fand. Eigentlich haben wir Sachen drin, die alle gut sind, also. Ja. Wir lassen das so. Eigentlich ist das alles ganz gut. Hahaha. So. Wir gehen mal weiter. Oh, hier sieht's wieder nach Kampf aus, wie man sieht. Hallo. Alquist? Äh, Sir? Ähm. Hallo? Ich weiß nicht, was ich sehe. Ich weiß nicht, was sie macht. Es klingt gar nicht, was sie macht. Aber es war alles blöd. Sie wird jetzt noch mehr zu verbrechen. Hm. Hm. Na, wenn wir uns nen Würfel mal werfen? Ach, die kommt ja im Dings. Shit. Habe ich nicht dran gedacht. Habe ich nicht dran gedacht, diese blöde Schattenkönigin, die kann ja... kann ja wieder auftauchen. So. Schmeißen mal. Oh, warte, 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 warte. Oh. Da müssen wir schon aufpassen, bevor sie mich hier wiederkommt. Oh. Komm, sollen wir schnell einen hier noch? Oh, das hat mich erwischt. Die blöde Kuh hat mich hier erwischt. So. Die kommt nämlich dichter ran da, die döwe Kuh. Die döwe Kuh. Oh. Die bewahren wir uns mal auf, und dann werden wir es noch zuhauen. Aber erst mal bei ihnen hier. Die blöde Kuh hat sich schon insgesamt... Das war jetzt aber. Ah, ich komme. Da. Oh. Da. 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 Oh. Da. Super gut. Oh. 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 Oh! Schnell, ich muss natürlich noch rein. Ob mir mal ein bisschen Leben reinkommt. Bei uns wieder, ne? So, das war der letzte. Aber gut. So viele Münzen kriegen wir dafür gar nicht mehr, ne? Oh. Hey da, little one. Kannst du sprechen? Habt ihr einen Alchemist gesehen, die hier irgendwo gesehen? Ich darf sagen, ich habe einen, little one. Every time I look at a mirror. Oh. Du bist der Alchemist. Sehr gut. Ich bin wirklich. Und ich habe gedacht, der Visionärer würde einen mehr impressionen Champion haben, als du. Hey, ich habe harten Kämpfe, um hierher zu gelangen. So altfaschend. Sag hallo. Ich bin nicht beeindruckt. Wie hat man einen schlechten Start? Sollen wir noch mal von vorne beginnen? Oh, believe me. There is no right for here. I don't suffer fools or children. You are both. Ah. Let me tell you what I do here. I take raw materials, ingredients, teachers, essences, and use them to enable cards to do what they must. These days, of course, the Queen has us only making her cards, and for that I need only medals. Those are supplied by the garbage shipped from one croft. Hmm. Ah, you're a winner. In that case, yes, they have. You and your family's whole purpose has been to supply the raw materials to build the very robots that subjugate the rest of random. Probably very depressing, even enraging to find this out. All of them made into unwitting collaborators of the Queen. Das ist ja schrecklich. Die anderen Kartenmacher machen meine Traumkarte. Klar. So then you must also know, that Sixtopia is cut off from the rest of random. You can't get there from here. From anywhere. Was meinst du damit? Just that. It can't be reached by anyone in random. You think we'd be cowering here in the ruins of our world, if we could reach her and do something about it? Please, think like an adult. Wie komme ich denn da hin? How do I... You don't know? But you've been garrt but crying out loud. You really are a child. Erzählen Sie mir alles, was Sie über die Königin wissen. I know more than most. I know her history. I know what she's done. I know she can't easily be stopped. What I don't know is why she's doing this. You don't do the amount of insane she's down in this world unless there's something you want or something you're afraid of. I do not know what that is. Hm, wenn es etwas gibt, das sie will, was wäre das? There are things, even I don't know. I can't imagine there's any interest, she couldn't say with her power. Vielleicht etwas, wovor sie Angst hat. I can't say. In all my studies, all I have determined is this. If there is indeed something, the Queen fears, it isn't anywhere here in random, that I can detect. At least one option. It's inside her castle. In Sixtopia. Ach so. Aber warum sollte sie vor etwas in ihrem Schloss Angst haben? And now you'll finally see my problem. Helfen Sie mir, meine Karte herzustellen. I don't even know you. You're a little kid. I don't see why I should help you do anything. Ich bin auf einer Mission. Ich will meine Schwester retten und die Königin aufhalten. Your sister was taken by the Queen. Then your sister may no longer be recognizable as the woman she once was. And even if she is, she will not want to return. But as for the second half of your quest, it is noble, if impossible and foolish. And yet, and yet the others have helped you. The painter and glueer I could take or leave, but the visionary, he has earned my respect. And if he sees something in you that I don't, then I should trust his vision. Also helfen Sie mir. Very well. I will help construct your card. Your so-called dream card. Please, you're a child. You dream of bedtime and sweets. I know all I need to do. Now, step back. Okay. Ah, there it is. Petrock timing. Now give me a lock of your hair. Ow! Please, magic and science. They both have their costs. Now we need something from your home town. This was surrounded by its garbage. I don't have any problem. And finally... Perfect! As always, I might add... Okay. Oh, your cart went that way. Now you need to follow it. Oh... What are you waiting for, a street? Go! You get no knowledge from me, child! Just like a fool and a child, to wait around when there's what to be done. Ja, ja, wir laufen hier schon. Huch, wenn hier... Aber so hakt das so ein bisschen, weil er genau an der Kante ist. Dann ist die System... Die Kollisionsabfrage nicht so geil. Nur gut. Oh, ich vermisse wirklich meine Eltern, Dicey. Warte mal, danke. Ich weiß. Aber ich vermisse ihn. Gut, aber ich sag, den Alchemiemeister haben wir gerade gefunden, den Alchemisten. Und den Resten werden wir in der nächsten Folge suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin. Tschüss.